Kennst du noch diese Katze? Dann kommt dir bestimmt noch dieser Hund bekannt vor. Das ist Bob von Ogi und den Kakerlaken und sein Häuschen wollen wir heute in Minecraft basteln. Wie immer zum Anfang brauchen wir erstmal ein paar Blöcke. Wir holen uns dann einfach mal für unser Häuschen, für Bob einfach mal ein paar glatte Steinstufen raus. Dafür nochmal bitte die Stufen, dann holen wir uns ein paar Steinstufen, dann würde ich sagen rote Steinstufen, dafür nochmal die Treppen. Dann geht es in die Häusabteilung, ein bisschen Tropenholzblöcke, dafür nochmal die Treppen. Ich empfehle euch einfach mal heute türkises Glas und dann holen wir uns noch geschnittene Stufen von Sandsteinen. Da sieht man immer, sag ich mal, hier so ein Kastensystem oder wenn wir die uns ein bisschen größer machen, dieses Kahlmuster halt. Für unser Häuschen beginnen wir erstmal mit dem Grundriss. Das Häuschen ist an sich in drei Etappen aufgekalt. Wir haben die Garage, das Haupthaus und dann nochmal so einen kleinen Anbau. So, wir nehmen uns erstmal unsere Steinstufen oder Steinblöcke zur Hand und ziehen jetzt erstmal, würde ich sagen, den Grundriss. Und zwar beginnen wir jetzt hier mit dem ersten Block, gehen einer vorne und gehen dann zur Seite nochmal. Eins, zwei, drei, dass wir hier vier haben. Dann lassen wir zwei Blöcke Platz und setzen noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Blöcke hin. Dann gehen wir zwei Blöcke einfach mal nach hinten weg und dann gehen wir wieder einmal zur Seite. Da setzen wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke ran. Insgesamt haben wir sechs. So, dann geht es nochmal nach hinten. Da setzen wir nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Blöcke hin. Insgesamt haben wir sieben. Und dann gehen wir nochmal zur Seite weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf und haben hier sechs Blöcke. So, dann gehen wir wieder zwei nach hinten weg und dann wieder einmal zur Seite. Das heißt dann noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Blöcke hin. Insgesamt haben wir ja zwölf Blöcke. Dann gehen wir wieder zwei Blöcke nach vorne weg und wieder einmal zur Seite. Noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Blöcke. Insgesamt haben wir acht. Dann geht es wieder einmal nach vorne weg. Da setzen wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Blöcke hin. Insgesamt haben wir dann hier auch wieder acht. Dann geht es da los, wo wir begonnen haben und müssen nur eins zur Seite wegsetzen. So, dann haben wir unseren Grundriss schon fertig gezeichnet. Den wollen wir uns jetzt hochziehen. Wie gesagt, wir haben drei Komplexe. Die mittleren Teile ziehen wir auf fünf Blöcke hoch und die Seitenteile jeweils auf vier Blöcke. Ich würde sagen, um es besser zu sehen, machen wir erstmal die Mitte. Und wenn wir die denn schon mal auf fünf Blöcke hochgezogen haben, seht ihr genau, was ich meine. Was wir nur auf vier Blöcke haben möchten. Das müsst ihr halt, wie gesagt, nur einen Blöck weniger hochsetzen. Das machen wir natürlich einmal auf der linken, wie rechten Seite. Und wenn wir das so weit haben, geht es schon los, dass wir den Vorbau für das Dach anfangen. Und zwar bleiben wir immer noch bei unseren Steinstufeln. Wir gehen jetzt erstmal bei unserem Hauptgebäude hier in der Mitte. Da gehen wir mal an die Seiten. Da würde ich sagen, den ersten lassen wir so, wie er ist. Beim zweiten setzen wir eine Reihe hin. Dann geht es wieder eine Reihe weiter. Zack, nächste Reihe rauf. Dann lassen wir zwei Blöcke Platz und setzen hier oben noch einen Dreier hin. So, das auf der anderen Seite machen wir nochmal das gleiche Spiel. An der Seite eine, erstmal zwei lassen. Eine Reihe hin. Dann wieder einen an der Seite freilassen. Nächste Reihe rauf. Dann lassen wir zwei Blöcke Platz und setzen hier oben einfach einen Dreier hin. Dann gehen wir mal auf die linke Seite. Da, wo unsere Garage entstehen wird, da lassen wir an den Seiten einen erstmal Platz. Dann setzen wir hier eine Reihe rauf. Dann lassen wir an den Seiten zwei frei und setzen hier oben noch zwei hin. Dann gehen wir mal auf die rechte Seite. Da müssen wir nichts mehr hochsetzen. Da geht es gleich los, dass wir mal unsere glatten Steinstufen schnappen. Die können wir hier gleich einmal an den Seiten hier einmal komplett überall mal rundherum ziehen. Wir bleiben noch bei unseren Steinstufen. Die wollen wir gleich einmal komplett verbauen. Hier beim Hauptteil setzen wir die einfach mal einmal auf der Rückseite. Wie natürlich hier nochmal auf der Vorderseite lang. Und wenn wir das denn hier haben, geht es nochmal zur Garage. Da wollen wir das gleiche Spiel machen wie beim mittleren Teil. Einmal auf der Vorderseite. Und dann nochmal auf der Rückseite setzen wir uns die lang. So, dann haben wir schon mal unsere Steinstufen verbaut. Wir können sie aber auch gleich noch nutzen, um unsere Tür fertig zu bauen. Denn eine Tür haben wir noch nicht drin. Da setzen wir einfach mal jetzt hier bei dieser Lücke, bei der Mitte hier einfach mal unsere Holzblöcke rein. Wer möchte, kann dann auch gleich noch einen Türknauf sich setzen. Ich sage einfach mal, hier setze ich meinen hin. Dann nehmen wir dann einfach mal unsere Steinstufen. Die können wir dann hier einmal, zack, einmal hinter unserer Treppe platzieren. So ein bisschen unser Türknauf. Und wer möchte, kann jetzt schon bei der Tür so ein bisschen was verfeinern. Wir nehmen einmal unsere glatten Steinstufen oben. Und dann hier unsere geschnittenen Steinstufen platzieren wir einmal unten gleich vor der Tür. Und dann würde ich nochmal sagen, hier weiter vorne hin. Das ist natürlich unser Eingangsbereich. So, dann geht es weiter jetzt, dass wir das Dach aufsetzen. Wir beginnen erst mal auf der rechten Seite. Das ist der leichteste Teil. Wir beginnen an sich auf unseren Steinstufen uns einfach mal unsere Treppen langzuziehen. Die können wir einmal ringsherum ziehen. Und ihr seht, wir machen jetzt hier so ein kleines Pyramidendach. Aber danach geht es nicht mal weiter mit Treppen, sondern einfach nur noch mit Stufen. Die ziehen wir dann hier einmal so lang. Und die wollen wir nicht nur ganz stumpf so einfach nach vorne ziehen. Nein, das machen wir nicht. Wir verbinden sie einmal zusammen, sodass es halt eine Pyramide wird. Wenn wir das dann soweit haben, geht es jetzt weiter mit der Mitte. Die wollen wir jetzt auch einmal hochziehen. Wir beginnen an den Seiten erstmal uns hier überall die Treppen hinzusetzen. Immer auf unseren geraden, flachen Stellen hier vorne setzen wir dann natürlich nur einmal die Stufen. Hier ganz oben drauf haben wir es ja an sich nur flach. Da setzen wir einfach mal an den Seiten Stufen hin und in der Mitte einen Block. So, dann geht es hier auch wieder einmal so runter. Immer beim Übergang eine Treppe hin und davor dann einfach eine Stufe. So, dann können wir diesen Bereich auch einmal komplett zuziehen bis zur anderen Seite. Haben wir unser Dach dann zugezogen, wollen wir es natürlich auch einmal an den Seiten überstehen lassen. Ich habe es mir schon einmal überstehen gelassen, nur dass wir, sag ich mal, hier oben, da wo wir den Block haben, keinen Block überstehen lassen, sondern einfach nur um die Treppe sieht besser aus. Dann geht es nochmal zu unseren Stufen. Wir wollen das Dach ein bisschen stabilisieren. Immer hier so bei so einem kleinen Übergang, wo ihr meint, das ist ein bisschen dünn, setzen wir einfach noch eine Stufe dazu. Das ist halt auch ein bisschen stabiler wirkt das Dach. Sieht auch immer schöner aus. Ja, das machen wir natürlich nicht nur auf der einen Seite. Wir gehen dann nochmal auf die andere Seite. Gleiches Spiel. Hier haben wir noch ein bisschen, sag ich mal, hier alles offen von der Garage. Das heißt, wir sehen das ein bisschen besser. Hier immer so, da wo ihr meint, das ist ein bisschen dünn, setzt ruhig dann noch so eine Stabilisierungstufe einfach mal runter. Und hier oben in der Mitte noch eine ungewöhnliche Treppe. So, dann haben wir das Hauptdach schon so gut wie fertig. Jetzt geht es natürlich noch an unsere Garagenseite. Da wollen wir eigentlich auch erstmal uns hier das erstmal so lang sehen. Immer bei so einem Übergang setzen wir uns einfach hier eine Treppe hin. Und immer auf den vorderen glatten Flächen setzen wir uns einfach ein paar Stufen hin. So, dann können wir das Ganze auch wieder einmal zuziehen. Und wenn wir das Dach dann auch hier wieder zugezogen haben, wollen wir es auch hier ein bisschen wieder stabiler machen. Geht mal an die Seiten und guckt mal, wo ihr noch ein paar Stufen einmal untersetzt. Und dann haben wir unser Dach erstmal normal platziert. Jetzt wollen wir natürlich noch einen kleinen Opolus bauen. Und zwar wollen wir noch hier oben auf unser Hauptdach noch so einen kleinen Stockwerk uns raufziehen. Wir fliegen dann, würde ich mal sagen, hier auf die Seite hin. Acht mal drauf, wo die zweite Treppe ist. Wir haben ja hier die erste Treppe. Hier haben wir die zweite Treppe. Da wollen wir ansetzen. Und zwar lassen wir den Seiten dann einfach mal zwei Blöcke platz. Und schlagen hier eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke weg. Können wir ruhig mal unseren Sandstein hinsetzen. Dann ziehen wir das einmal auch bis zur anderen Seite rüber. Müssen wir mal gucken, wo ist hier die zweite Treppe. Erste Treppe, zweite Treppe. Ab der zweiten Treppe, ne. Hier fünf Blöcke einfach mal so frei hauen. Und dann können wir erstmal hier das mittlere Teil hier unseres Daches erstmal frei hauen. Und wenn wir das so frei haben, können wir natürlich auch hier wieder erstmal unsere, ups, natürlich hier so einmal unsere Sandsteinblöcke platzieren. Die haben eine Höhe von insgesamt vier Blöcke. Ne, die können wir dann hier auch wieder einmal bis zur anderen Seite verbinden. Da können wir auch ruhig dann auch hier die Seiten einmal zuziehen, ne. Dass hier auch keine Lücken mehr sind. Wenn wir den unseren oberen Teil hier so drauf platziert haben, geht es auch ran, dass wir hier schon das Dach uns zaubern. Da setzen wir einfach mal, würde ich mal sagen, an der Seite erstmal keinen rauf. Und dass wir an der Seite erstmal einen Blöcke wieder frei haben. Erste Reihe rauf. Dann lassen wir zwei Blöcke Platz. Und haben hier oben noch drei. So, das machen wir auf der anderen Seite auch. An den Seiten eine Reihe freilassen. Erst Schicht rauf. Denn zwei Blöcke an den Seiten freilassen. Und drei oben rauf. So, jetzt geht es wieder erstmal an unsere, würde ich mal sagen, Steinstufen. Bleiben wir da, wo wir immer angefangen haben. Erstmal mit den Steinstufen. Auf der Vorderweg-Rückseite platzieren wir uns die. Dann geht es natürlich zu unseren roten Sandsteinstufen und Treppen. Die Treppen jeweils hier immer beim Übergang. Ihr kennt es ja. Und dann natürlich die Stufen wieder auf die offenen, geraden Flächen. Hier oben bei der Dreiermitte machen wir wieder in der Mitte einen Block hin. Und dann können wir das hier auch einmal wieder zuziehen lassen. Und an den Seiten natürlich überstehen lassen. Natürlich auch gleiches Spiel hier wieder bei unserem oberen Dach. Wir verstärken das Ganze wieder. So ganz normal. Zack, zack, zack. Kommen über wieder die Stufen unter. Nun geht es weiter mit den Fenstern. Wir haben oben uns schon ein paar gezeichnet. Die wollen wir noch ein bisschen verbessern. Nehmt euch mal unsere glatten Steinstufen zur Hand. Da platzieren wir nochmal einmal auf der unteren Reihe. Hier wird es noch eine weitere Stufenreihe. Dann haben wir oben schon mal die Fenster fertig. So, jetzt geht es natürlich weiter mit den unteren Fenstern. Da beginnen wir erstmal auf der Hauptseite, neben unserer Eingangstür. Da machen wir einmal auf der linken Seite, würde ich mal sagen, ein Fenster rein. Das können wir hier einmal so freihauen. Ein zweimal Dreier ist das. Da setzen wir nochmal unten wie oben noch ein paar weitere Stufen hin. Dann geht es weiter hier zur Seite. Wir lassen eine Reihe frei von unserer Tür. Und dann würde ich mal sagen, machen wir hier ein großes, schönes Vierer-Fenster rein. Wieder Dreierhöhe. Unten wie oben platzieren wir nochmal ein paar weitere Stufen. So, jetzt geht es weiter hier auf der rechten Seite. Da wollen wir auch nochmal ein schönes, großes Fenster machen. Ich sage mal so ein Dreier-Fenster. Das machen wir uns hier einmal schon an der Seite hin. Und platzieren unten nochmal auf der Seite, also auf der unteren Ebene nochmal ein paar Stufen. So, jetzt geht es hier zur Seite weg. Wir lassen vorne drei Blöcke frei. Und schlagen uns hier, würde ich mal sagen, ein zweimal zweigroßes Fenster rein. Und unten setzen wir auch nochmal ein paar Stufen hin. So, jetzt geht es hier nochmal auf die Rückseite. Hier lassen wir auch wieder zwei Blöcke frei. Und setzen uns hier auch wieder ein zweimal zweigroßes Fenster rein. Und unten wieder Stufen hin. Jetzt sind wir schon auf der Rückseite. Hier wollen wir uns zwei Fenster platzieren. Wir lassen den Seiten zwei Blöcke frei. Schlagen drei weg. Wir können das Fenster auf eine dreimal dreier Höhe bauen. Dann zwei Blöcke frei lassen. Wieder ein dreier Fenster rein. Und dann können wir hier dieses Fenster ein, die so wie auf der Vorderseite machen. Unten wie oben platzieren wir noch einfach ein paar weitere Stufen hin. Zack, zack, zack. Und dann haben wir die hinten auch schon abgearbeitet. Jetzt wollte ich mir noch eins bei der Garage hin machen. Ich wollte so ein kleines hier hinten auf der Seite haben. Wie groß das ist. Ja, ich würde mal sagen, das machen wir auf eine dreimal zweier Höhe. Und dann machen wir hier, zack, einmal unten, also oben und wie unten, noch mal ein paar weitere Stufen hin. So, dann haben wir unsere Fenster alle fertig. Jetzt heißt es nur eine Sache, natürlich das Glas reinziehen. Da fliegen wir einmal natürlich auf der Innenseite rein. Und setzen hier einfach an unsere Stufen, zack, zack, zack. Unsere Glasböcke hin, geht alles relativ fix. Wenn wir die Fenster dann alle bestückt haben, geht es noch an der letzten Etappe ran. Und zwar natürlich noch das Garagentor. Wir schnappen uns mal ein bisschen blauen Zement. Das Tor von Boba ist blau. Von daher beginnen wir einmal unten mit blauem Zement. Würde ich mal sagen, das Pizzazooi-Block. So, als kleinen Farbkontrast setzen wir da noch einmal mit zu. Und dann nochmal oben noch eine Betonreihe. So, dann machen wir da so einen Griff für unser Garagentor. Ich nehme einfach Stolpertrahthaken und wir kennen es. Und dann sind wir schon fertig. Nun steht unser Objekt. Bob kann einziehen. Er ist glücklich, dass er wieder sein Häuschen kann. Wer weiß, wer noch in die Nachbarschaft zieht, wie lange wo der Frieden hält. Aber erst mal ist Bob zufrieden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.